Ah, war das wieder ein Tag voller Eindrücken, Lernprozessen, Analysen und, nicht zu vergessen, epische Schlachten in meiner Fantasie! Pfff! Nein! Doch! Pfff! Ja? Schauen wir doch mal kurz auf. Facebook. Nein? Halt! Ich nenne es... FACEBOOK! Eigentlich muss ich ja mal kacken. Da warte ich doch einfach beim Stalken und Scrollen auf den passenden Post. Dann lohnt sich der Gang aufs Klo wenigstens. Okay. Also FACEBOOK! Mal sehen, was die niedliche Menschheit zur Zeit wieder so rumklapst. Billig. Uninteressant. 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 Kennen wir schon. Kennen wir schon. Auch langweilig. Ich... War sowieso zu erwarten... Was ist denn das? Pfff! Ey! Wenn du sowas schon wieder liest, ja? Gibt es noch einen Kommentar. Müsste ich eigentlich drunterschreiben. Bei der Zeugung schon durchgefallen, oder? Ach! Was haben die anderen so geschrieben? Ähm... Ah! Komm! Lass mal alles. Ja! Selbst amöben haben ihre Bedeutung. Immer noch! Also. Passt. Das ist natürlich... Voila! Ah! 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 Was ist das für eine Stute? Boah! Äh... Warte mal. Bild speichern. Wenn wir das Ganze jetzt... Warte mal. Mal zoomen. Boah! Ich geh jetzt doch aufs Klo! Aber diesmal nicht zum Kacken! Meine Fresse! Es gibt doch auch Viecher! Boah! Komm! Ja! Schlampe! Pff! Komm! Pff! 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 Pff!